Moin, ich bin Tom Bindorf und ich bin 16 Jahre alt und wir eröffnen die Landjugend von Neunkirchen wieder. Am 01.01.2019 hat mich der stellvertretende Bürgermeister Josef Schimpfeld, der auch ehemalig in der KJB in Neunkirchen war, darauf angesprochen, ob wenig Lust und Bock hätten, die Landjugend wieder zum Leben erwecken. Hi, ich bin Silas Kramer, 16 und ebenfalls Mitgründer der neuen Landjugend hier in Neunkirchen. Unsere Gründungsversammlung wird am 12.02. stattfinden um 18 Uhr im katholischen Pfarrheim in Neunkirchen und Christoph Henricks wird als Präses erstmal die Versammlung leiten. In Zukunft werden wir lustige Aktionen machen wie Ostereierwett essen oder werden alte Menschen bei der Gartenarbeit helfen oder sei es, dass wir einfach Osterfeuer zusammenfahren oder uns irgendwann einfach mal gemütlich hinsetzen und ein paar Filme gucken und was trinken. Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele am 12.02. um 18 Uhr hier ins Pfarrheim kommen würden.